Hallo liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge des Miltenberg Magazins, auch genannt Milma, das Miltenberg Magazin aus dem Medienhaus MeinEcho. Ich bin Annika Kickstein, Reporterin im Hause MeinEcho und mir gegenüber sitzt Kevin Zahn, auch Reporter. Kevin ist wieder da, Julie hingegen ist nicht da, deswegen fliegender Wechsel habt ihr uns beide zu hören. Kevin, wie hast du das verlängerte Mai-Wochenende genossen? Wir nehmen das jetzt kurz danach auf. Oh ja, das verlängerte Mai-Wochenende war für mich leider kein verlängertes Mai-Wochenende. Ich musste am 1. Mai arbeiten, am Tag der Arbeit, Zeitungen produzieren für die Dienstagsausgabe. Und von daher war es für mich ein ganz normales Wochenende, aber ein schönes Wochenende. Es wird langsam Frühling, Annika, und das freut mich wirklich sehr. Das merkt man, dass es Frühling wird im Kreis Miltenberg. Da war ich nämlich zum Beispiel unterwegs. Da war der Barbarassa-Markt in Ehrenbach. Da war ich zu finden am Sonntag, da war wundervolles Wetter. Das war doch viel los gewesen sein. Es war wirklich viel los. Viele kleine Stände zum Einkaufen. Es war auch verkaufsoffener Sonntag. Da hat es viele dahin gelockt. Wir haben auch noch den Kunsthandwerkermarkt in Amarboch gehabt zum allerersten Mal. Genau, es waren auch einige Stände dort. Die Reporterin von uns, die dort war, Anja Kalbach, hat gesagt, es war eigentlich sehr schön. Es waren viele interessante Schausteller da. Es müsste vielleicht noch mal ein bisschen wachsen und dann könnte das eine feste Institution hier im Landkreis werden. Also auf jeden Fall ein guter erster Versuch, würde ich sagen. Klingt super, hat ja noch Zeit zu wachsen, ne? Genau. Was war im April los, ist unsere Frage. Kevin, was kannst du mir antworten? Nicht nur im April, sondern eigentlich schon seit ungefähr einem halben Jahr verfolgt mich ein Riesenthema. Und manche ahnen vielleicht auch schon, was kommt. Wir haben es im Podcast tatsächlich noch gar nicht erwähnt, weil so viel im Kreis Miltenberg gerade passiert. Wahnsinn. Aber das Industriecenter Obernburg, das dürfte jedem im Kreis Miltenberg ein Begriff sein. Wer es nicht kennt, das ist ein großer Industriepark. Da sind verschiedene Betriebe und dieser Industriepark will sich vergrößern. Um 40 Hektar ursprünglich. Was heißt das? Und dann ist einiges passiert. 40 Hektar kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen. Wie viel ist das? Was jetzt am Ende auch, du hast gesagt, das ist jetzt doch nicht so viel geworden, okay. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie viel ist das ungefähr? Also wenn du dich im Park Schönbusch auskennst, ich glaube, es ist ungefähr so ein Viertel von dem Park Schönbusch. Aschaffenburger Park Schönbusch. Aschaffenburger Park Schönbusch. Okay. Wären ungefähr 40 Hektar. Wahnsinn. Da ist man schon fast dabei. Und Sie mussten aber jetzt von Ihren Plänen ab. Also Sie haben jetzt kleiner geplant. Genau. Also es war eine wahnsinnige Dynamik. In Allenbach war Wahlkampf. Es gab diese Pläne, das zu erweitern. Und man muss dazu sagen, auf einer Fläche, wo ein See ist, wo ein Wald ist, wo etwas ist, von dem ich es nicht wusste, dass es schützenswert ist. Was? Was ich jetzt erfahren habe. Sandmagerrasen. Sandmagerrasen. Das ist wohl eine Seltenheit in Bayern. Und entsprechend sind da Industrielle und Naturschützer quasi aufeinander geprallt bei diesem Thema. Die einen wollen größer werden, die anderen sagen, aber doch nicht in unserem wunderbaren See oder auf unseren wunderbaren Sandmagerrasen. Ich habe gehört, Sie haben dann auch gesammelt Unterschriften. Es gab dann auch noch ein bisschen Tumult oder Turbulenzen, weil viele Bürger den Eindruck hatten, dass sie nicht so gut informiert waren über das Projekt. Und daraus hat sich ein Bürgerbegehren geformt, also Mischung und Naturschutz und zu wenig Information. Und die haben sehr flott 1.277 Unterschriften, glaube ich, gesammelt. Ich glaube, am Ende waren 1.160 gültig genug, um das ganze Verfahren zu stoppen. Und das hat zu einer heißen Diskussion geführt, weil wenn du so ein Bürgerbegehren machst und die Stimmen sammelst und dann einreichst, dann kann das so ein Verfahren für ein Jahr stoppen. Das sei denn, der Stadtrat sagt, nee, wir machen einen Bürgerentscheid, wir sind anderer Meinung, wir lassen alle darüber abstimmen. Und wenn dann alle darüber abstimmen, dann könnte das ziemlich aufkochen im Ort ja als Thema. Ja, und andererseits hat man ja natürlich die Interessen vom ICO, von der Mindset, den Betreibern, die natürlich relativ schnell anfangen wollen zu bauen, weil das dauert natürlich auch eine Weile, bis sich dann die ersten Firmen dort auch in einem neuen Gebiet ansiedeln können. Natürlich, die Wirtschaft hat auch ihre Gründe, warum sie da größer werden will. Also man muss wissen, das ICO ist ein Arbeitgeber von 3.000 Arbeitsplätzen. Und der Schwerpunkt liegt auf der Automobilzuliefererindustrie. Und die ist in der Krise, nicht erst seit kurzem, sondern seit längerem. Entsprechend ist es auch an dem Standort, wenn man sich so umhört, sind alle nicht ganz so glücklich. Und man hat gehofft, mit der Erweiterung neue Betriebe anzielen zu können, die nicht in den Automobilbereich gehören, mit dem man sich ein bisschen unabhängiger machen kann von diesen Krisen und Schwankungen. Weil, was jetzt zuletzt sehr deutlich geworden ist, als der Betriebsrat nochmal auf uns zugekommen ist, am Standort heißt schon die Sorge vor so einem gewissen Dominoeffekt. Es gibt zwar mehrere Betriebe am Standort, aber wenn einer in der Krise ist oder sogar wegbricht, dann könnte das gravierende Folgen für den gesamten Standort haben. Weil die hängen alle zusammen, zum Beispiel auch an einem Kraftwerk. Und wenn du großer Abnehmer bist und dann das Kraftwerk für zwei, drei Betriebe läuft, dann kannst du dir die Kosten teilen. Aber wenn dann ein Betrieb wegbricht, lohnt sich nicht mehr dann. Und diese Sorge mit einbezogen hat dazu geführt, dass die Naturschützer gesagt haben, wir setzen uns mit den Industriellen an einen Tisch. Das ist oft in Hintergrundgesprächen passiert. Was ja dann viele überrascht, dass die eben keinen Bürgerentscheid gemacht haben, sondern ein Kompromisspapier auf den Tisch gelegt haben. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es wird jetzt kleiner und zwar deutlich kleiner. Die neuesten Zahlen sind ungefähr zehn, elf Hektar kleiner. Und es wurde heiß diskutiert, ob eben diese Bürgerinitiative hart genug verhandelt hat. Ich glaube, es deutet schon an, dass der hart verhandelt wurde. Ob man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist, ist natürlich jedem selbst überlassen, das zu beurteilen. Aber was wirklich selten ist, ist, dass sich die beiden an den Tisch setzen, die beiden Parteien, Industrie und Naturschutz, und jetzt versuchen, kontinuierlich eine gemeinsame Lösung zu finden mit einem runden Tisch. Ja, man sieht, es ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr weitgreifendes Thema. Es war auch noch Wahlkampf. Du sitzt an dem Thema schon eine Weile. Genau, wir haben es ja angeteasert im vergangenen Podcast. Der neue Bürgermeister ist gewählt worden und heißt? Christoph Becker von der CSU, 40 Jahre alt. Eigentlich politischer Außenseiter. Er war bisher noch nicht kommunalpolitisch aktiv. Er saß noch nicht im Stadtrat. Er hat es geschafft, innerhalb von einem Jahr sich da so viel Vertrauen in der Bevölkerung zu erarbeiten, dass es für einen knappen Wahlsieg gegen den SPD-Kandidaten Benjamin Bolender gereicht hat. Also wirklich 170 Stimmen im Unterschied. 51, irgendwas zu 58, irgendwas Prozent. Ohne zu weit auszufahren, weil die gesamte Dynamik auch zusammen mit dem Wahlkampf und rund um die ECO-Erweiterung doch ein sehr komplexes Thema ist. Also da kann ich euch Zuhörer erst mal empfehlen, schaut am besten noch mal auf mein-echo.de in unser Dossier zum Thema ECO, weil der Kevin, der hat wirklich, wirklich hart geschuftet und es gibt dutzende Artikel dazu. Lest euch da ein, wenn es euch interessiert, weil wir können hier in dem Podcast nicht alles beleuchten und auch nicht jedes Detail ansprechen, die diese ganze Debatte anfeuert. Es gibt wirklich unheimlich viele Details, also offene Fragen, die jetzt zum Beispiel noch bestehen. Wie viel Wald wird jetzt eigentlich gerodet? Und was passiert genau, wenn der See verfüllt werden soll? Und es gibt auch schon wieder eine Ankündigung einer Gruppe, die sagt, uns reicht der Kompromiss nicht. Wir sammeln Widerständen und wollen wirklich, dass das verhindert wird oder noch stärker angepasst wird. Ich würde sagen, wir verfolgen das Thema weiter. Wenn ihr eine Meinung habt zum Thema, weil ihr in Ellenbach wohnt oder natürlich die gesamte Region drumherum, alle betrifft das ECO ein wenig, ist natürlich auch Klima und andere Dinge, die da mit reinspielen, schreibt uns doch eure Meinung. Ihr könnt uns erreichen. Wir haben verschiedene Kontaktdaten auf unserer Seite www.meinecho.de Da findet ihr Kontakte zu WhatsApp oder per Mail. Schreibt uns doch. Wir freuen uns. Wir freuen uns wirklich und wir antworten auch. Wir haben ein Riesenbauprojekt und jetzt wird es eigentlich noch größer. Annika, du warst im Römermuseum. Also im Römermuseum gibt es gerade ein sehr großes Lego-Projekt. Was hat es damit auf sich? Genau. Römermuseum in Obernburg. Der Bau ist riesig und zwar auf vier riesigen Tischen verteilt mit vielen, vielen Dutzenden Planquadraten. Und du musst es dir vorstellen, da können alle Besucher Lego bauen und sie bauen eine Römerstadt nach. Eine ganze Römerstadt. Eine ganze Römerstadt. Also es sind verschiedene Teile, wie zum Beispiel eine Therme. Auch ein Gräberfeld ist dargestellt und das ist alles sehr liebevoll gemacht. Der ehrenamtliche Museumsleiter Eric Erfurt hat sich da mit einem Schweizer Team zusammengesetzt und hat das Projekt hierher geholt. Und das sind kleine Boxen, die haben sie fein säuberlich sortiert in den Schränken. Du kannst sie rausnehmen. Da ist immer ein Bauplan drin, wie du es vielleicht auch von anderen Lego-Sets aus der Kindheit kennst. Oder es gibt ja noch viele Lego-Bauer, die heute das noch weiter sammeln. Und dann kannst du das nachbauen. Ich würde euch vorschlagen, ich war dort und habe ein Video aufgenommen. Da könnt ihr mal schauen, wie diese Modelle aussehen auf mein Echo.de. Wir haben eine Schulklasse begleitet dort. Ich wollte gerade fragen, wie ist es eigentlich, wenn ich da jetzt reingehe und mir so einen Baukasten nehme, kann ich einfach drauf losbauen? Du kriegst eine Einweisung. Also es gibt natürlich ehrenamtliche Helfer, die auch dir erklären, wie das alles funktioniert. Das muss ja alles fein säuberlich in die richtigen Quadrate reinkommen. Ja. Und ich würde auch noch vorschlagen, gehe am besten nicht am Wochenende hin, wenn du Zeit hast, weil das wird überrannt momentan. Das heißt, die Helfer haben mir auch schon erzählt, als ich vor Ort war, dass sie Wochenends auch in den Gängen noch gebaut haben, weil dieser Raum gar nicht so viele Lego-Verrückte aushalten kann, wie die da eigentlich bauen wollen. Jeder kommt dran. Und wenn die ganze Römerstadt steht, ich denke, bis zum Ende des Projekts kriegt man dann noch hin, dass man vielleicht ein Projekt nochmal nachbaut. Da findet man schon einen Platz für sich. Und natürlich haben sie auch versucht, so ein bisschen das Projekt mit Oberenburg zu verbinden. Das heißt, man kriegt auch Erklärungen, wie sah das wirklich in Oberenburg aus. Ich muss sagen, ich war als Kind beim Lego-Bauen ja immer ein bisschen, ich nenne es mal kreativ. Also es gab zwar das Modell, aber ich habe irgendwas draus gebaut. Was ist, wenn jemand von den Teilnehmern aus so einem Haus irgendwie ein Raumschiff baut? Das ist schwierig. Könnte man natürlich machen. Aber ich glaube, da achten sich natürlich schon drauf, dass sie am Ende in der Römerstadt das richtige Modell hinstellen, wenn es ist. Es gibt aber tatsächlich vielleicht noch eine schöne Anekdote. Hatten mir die ehrenamtlichen Helfer dort erzählt, dass da auch sehr viele Lego-Nerds doch vorbeikommen aus verschiedenen Vereinen. Und die kommen auch teilweise von weit her, weil sie gehört haben, oh cool, da ist ein schönes Lego-Projekt in Oberenburg. Gab man die Situation, dass zwei Experten da saßen und so ein kleines Teil angeguckt haben und sich so den Kopf zerbrochen haben, hm, aus welchem Lego-Set stammt das denn? Vielleicht von Star-Wars-Raumschiffen? Du musst es verstehen, also die haben nicht neue Lego-Steine machen lassen, das ist unglaublich teuer, auch wenn man gezielt für bestimmte Steine machen möchte, sondern stattdessen haben sie bestehende Sets genommen und daraus hat diese, dieses Projekt aus der Schweiz eben diese Steine gesammelt und zurechtgelegt, damit das passt. Also das Thema Römer und das Thema Lego in einem, ich glaube, das trifft eine ganz bestimmte Zielgruppe ins Herz. Total und Familien, denke ich auch. Man kann das noch bis zum 29. Mai besuchen, kann ich nur empfehlen. Von schönen Lego-Modellen jetzt zum Aufreger des Monats. Kevin, was war der Aufreger des Monats? Es gab wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht aber auch nicht eine Wolf-Sichtung im Kreis Miltenberg bei Menschberg-Röllbach. Ein Wolf. Ja, das ist natürlich für uns immer Stichwort, oh Gott. Man muss dazu sagen, alles was wir wissen ist, wir haben einen kleinen Videoschnipsel gezeigt bekommen, wir wissen, dass es bei Menschberg-Röllbach ist, das haben uns mehrere Leute bestätigt. Und da huscht ein größeres, grauhaariges Wesen durch die Wiesen und verschwindet im Wald. Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es ein Wolf ist. Könnte aber auch ein Hund sein, oder? Es könnte auch ein Hund sein, aber so von der Gesamtgestalt, sagen viele, die das so beobachtet haben, ja, wahrscheinlich ist es ein Wolf. Aber erstens heißt das nicht, dass der jetzt hier bleibt, sondern so männliche Wölfe, so Rüden, die ziehen weit und breit durch die Gegend. Wir hatten erst vor kurzem eine Wolf-Sichtung im Karlgrund, also etwas nördlich vom Kreis Miltenberg. Der wurde dort auch bestätigt. Also da sind wir uns sicher, dass es ein Wolf ist. Genau. Man hat ihn auch auf der A66, glaube ich, bei Schweinfurt, Bergreinfeld, irgendwie hat man auch noch einen Wolf gesehen. Genau, da gibt es ein Video, das im Netz kursiert. Das sieht wirklich aus wie ein Wolf, aber man kann es halt nicht wissen in dem Fall. Genau. Und deswegen sprechen wir auch im Kreis Miltenberg von einem sogenannten C3-Nachweis. Was ist das? Die Behörden sagen, naja, wir können es nicht bestätigen, aber wir können es jetzt auch nicht dementieren oder widerlegen. Also kann man es eigentlich gar nicht Nachweis nennen, oder? Julie, unsere Reporterin, die totale Wolfsexpertin ist, Julie Hoffmann, da auch schon viel Recherche dazu hat. Da würde sie dir wahrscheinlich was anderes sagen, aber ja, sie hat das mit einem Spruch von Sokrates auf den Punkt gebracht. Man weiß, dass man nichts weiß. Und das finde ich sehr schön. Ja, ich denke, das wird weiterkommen. Also wenn er wirklich unterwegs ist, dann wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir einen Wolf sehen hier in der Gegend. In der weiteren Region in Süddeutschland gibt es auch schon Bestätigungen, dass es ihn gibt. Wir hatten auch schon Fälle im Odenwald. Also es kann sein, dass er mittelfristig auch irgendwann im Spessart auftaucht. Aber jetzt haben wir noch nicht die Bestätigung, dass da ein Wolfsrudel sich bewegt oder sowas. Ja, wir halten aber die Augen offen. So machen wir es. Unsere Person des Monats stellst du heute vor und ich muss sagen, als ich das Foto von ihm gesehen habe, habe ich mich ein bisschen an meinen Opa erinnert gefühlt. Genau. Unsere Person des Monats ist auch gleichzeitig einer der Beiträge, die am meisten Resonanz in Social Media bekommen haben. Das ist Gustav Pechthold. Er ist 90 geworden am 24. April. Alles Gute nachträglich. Wir haben ein Porträt zu ihm geschrieben, denn dieser Herr hat sehr viel für Mittenberg getan. Was hat er gemacht? Pechthold kümmert sich um die sogenannten Nichtsesshaften. Man würde ja sagen, im normalen Sprachgebrauch, Obdachlose. Ah, ich habe erst im ersten Moment an Heimatvertriebene denken müssen. Ja, ja. Aber Nichtsesshafte als sensibler Begriff für Obdachlose. Genau. Und der Herr kam ursprünglich aus Osnabrück. 1978 kam er dann nach Mittenberg und zog in das Haus der Gemeinde neben der Johanniskirche. Und da hat es eigentlich angefangen, dass er sich um die Obdachlosen dort gekümmert hat. Ehrenwert. Sehr, sehr ehrenwert. Er erzählt in unserem Porträt auch von den verschiedenen Anekdoten. Kann ich empfehlen, lest es euch durch. Ich kann jetzt nicht alles sagen. Er hat so viele Jahrzehnte sich um diese Menschen gekümmert. Ein Beispiel vielleicht, was ihn geprägt hatte, war, dass er zwei Nichtsesshafte kennengelernt hatte, die sich Abendessen gemacht haben und kaum was hatten, aber ihn trotzdem eingeladen haben, trotzdem was abgeben wollten von ihrem Essen. Und das hat ihn wohl wirklich dazu gebracht, auch zu merken, okay, ich muss was zurückgeben. Er hat das nicht angenommen, das Essen, sondern stattdessen dann angefangen, Spenden zu sammeln. Er hat sich darum gekümmert, dass die Obdachlosenunterkunft in Miltenberg wohnlich eingerichtet ist, sich zum Beispiel um den Fernseher gekümmert und das, was dazu gehört, ständig Geschenke und Spenden weitergegeben. Eine Anekdote interessante, sie haben mal einen Mann mit einem Flokati vor dem Afrieren gerettet. Respekt. Und diese Dankbarkeit kam jetzt auch durch den Beitrag doch durch, dass doch viele Miltenberger sich freuen, dass sich jemand so annimmt. Diese Menschen, die doch sehr viel Hilfe brauchen, wo aber auch viele sagen, ich habe keinen Kontakt oder nehme sogar Abstand dem gegenüber. Also auch auf den ersten Blick ein total sympathischer Mann, 90 Jahre alt und ein Pionier der Sozialarbeit, das ist doch mal eine gute Nachricht auch. Das war es dann für heute von uns. Wir wünschen euch einen wunderbaren Frühling. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuhören. Milma, das Miltenberg-Magazin aus dem Medienhaus Mein Echo.